Hallo und willkommen zurück zu unserem YouTube-Abonnententeam beim Radsportmanager. Wir haben leider zwei Verletzte zu beklagen. Ich musste gerade ein bisschen lachen. Also Chris Kuhner hat leider Sattelschmerzen, was immer das bedeutet. Also er hat auf jeden Fall Sattelschmerzen. Ich glaube, man kann sich zusammenreimen, was es ist. Ihm tut der Arsch weh. Gute Besserung. Was allerdings weniger witzig ist, weil Chris Kuhner ist ja einsatzfähig. Das ist kein Problem. Er hat zwar jetzt hier auch einen verletzten Symbol, aber er ist trotzdem einsatzfähig. Das Problem ist dann jetzt momentan eher, dass Leon Höhle sich eine Schulterprallung zugezogen hat, was echt schade ist. Mitte Februar 2015, also jetzt ist er aber auch bald wieder fit. Noch zwei Wochen bis zur Trophäe Umag. Trotzdem, unser Sprinter fällt damit so ein bisschen flach. Damit bräuchten wir natürlich rein theoretisch Marcel Wüst, der aber auch nicht die Top-Werte hat. Schauen wir mal im Sprint, wo ist er jetzt momentan bei einer 69. Das ist auch in Ordnung. Mal schauen, ob Leon Höhle sich da denn schon wieder mal nach oben verbessert hat. Leider noch nicht, aber das wird bald noch kommen. Ich mache jetzt mal weiter. Wir haben nicht wirklich viel verpasst. Ein bisschen zwei Wochen habe ich mal vorgearbeitet. So, jetzt sehen wir Gesundheitszustand von Chris Kuhner. Christiano Wildinger hat wegen seiner anhaltenden Schmerzen beim Sitzen im Sattel einen Spezialisten aufgesucht. Er muss eine Woche pausieren, vielleicht auch weniger, wenn die Genesung zügig voranschreift. Es ist dringend geraten, ihn kein Rennen fahren zu lassen, bis er wieder voll genesen ist, da die Wunde sonst wieder aufbrechen oder sogar schlimmer werden könnte. Also, tut mir leid, Chris Kuhner, aber du musst jetzt leider im Stehen schlafen. So, Christiano Wildinger ist mit dem Führungsstil von dem guten Herrn Dietz wahrscheinlich wieder nicht zufrieden, der traditionell ja immer auswählt. Was mag er denn am liebsten? Auch wieder bahnbrechend. Also, es ist irgendwie alles auf bahnbrechend. Dann kommt er jetzt auch noch zu Andrio Leoni dazu. Team Smart Shop, das können wir alles mal übergehen. Da ist der Vertrag verlängert worden. Unser Sponsor liebt uns natürlich. Den geforderten Etappensieg haben wir ja zum Glück geholt. Gent Wevelgames, da können wir uns auch gar nicht für die Wildcards bewerben, habe ich eben gerade mal nachgeschaut. Die sind bei uns gar nicht im Rennkalender drin, da müssen wir erst nochmal ein bisschen bessere Leistungen fürbringen. Aber jetzt dauert es nicht mehr lange bis zur UMAC Trophy und ich hoffe, dass bis dahin auch Leon Höhle wieder zumindest ganz gut in Form ist, weil eigentlich wollte ich da auf ihn setzen. Aber wir können natürlich auch was anderes versuchen. Wir sehen, es ist relativ hügelig. Mal schauen, wie Marvin Keil denn jetzt schon in Form ist. So, für Chris Kuna sieht es wieder besser aus. Er kann also wieder sitzen. So, hier kommen immer sehr, sehr viele Meldungen rein. Wie gesagt, die meisten können wir eigentlich übergehen. So, es sieht gut aus für Chris Kuna. Er fühlt sich deutlich besser, selbst wenn er auf dem Rennen hat und nicht bei 100% ist. Es geht aufwärts. Ja, ich finde das glaube ich witziger, als ich es finden sollte, aber ich finde Sattelschmerzen klingt einfach schon sehr geil. So, Leon Höhle ist immer noch verletzt. Die Form geht trotzdem nach oben, wie auch immer das macht. Aber Respekt, Leon, das läuft. Sprint, Beschleunigung 69, hatten wir eben schon. Also Fitness geht nach oben. Ich hoffe mal, dass er bis zum Rennen wieder gut in Form ist. Udo Bölz ist jetzt in Spitzenform. Ich wollte mal schauen, was Marvin Keil macht. Der ist auch schon gut drauf. Sehr gut. Dann können wir da nämlich auch bei den Hügeln mal versuchen, ein bisschen Tempo zu machen. Weil ein bisschen hügelig ist das ja schon. Dann haben wir zwei Eisen im Feuer. Für den Sprint Leon Höhle und für den Hügel Marvin Keil. Und dann haben wir natürlich auch noch Jan Piller, der auch bei den Hügeln ja ein bisschen mithalten kann. Auch wenn er eher auf Kopfsteinpflaster aus ist. So, Chris Kuna ist wieder komplett gesundet. Jetzt sind es noch 10 Tage bis zum nächsten Rennen. Es ist ein bisschen blöd, dass das so lang dauert. Deswegen habe ich auch die ersten zwei Wochen, oder zumindest bis zu dem Zeitpunkt, bis irgendwas passiert, was ins Let's Play muss, habe ich mal ein bisschen vorsimuliert. Ihr habt also nichts verpasst. Und das Training müssen wir nicht umstellen. Trainingslager machen wir sowieso keins. Können wir uns auch gar nicht leisten. Da sehen wir jetzt noch mal ein paar Ergebnisse. Da können wir immer mal so ein bisschen drüber schauen, was denn so bei den Top-Fahrern läuft. Höhle ist wieder da. Jawohl. Rechtzeitig ist er wieder fit fürs Training. Chris Kuna ist auch wieder gesund. Das läuft also. Höhle ist auf jeden Fall sehr schön. Die Höhle ist wieder da. Er ist wieder völlig gesund. Er kann ab heute wieder trainieren. Damit sind wir wieder vollzählig. Auch die Trainingsgruppe ist wieder vollzählig. Die Fitness ist sehr gut. Wir haben fünf Renntage bislang in den Beinen. Wir können, wie gesagt, Marvin Keil wird auf jeden Fall dabei sein. Jan Piller wird jetzt mit ins Renngeschehen einsteigen. Dann haben wir da auch wieder mehr Jungs am Start. Tour de Rom und die sind wir natürlich auch nicht dabei. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Hier sind also quasi die Vorbereitungsrennen. Da kann man Trainingslager noch buchen. Das ist für uns alles, wie gesagt, uninteressant. Zumindest noch uninteressant. So, Kalendererstellung für den März haben wir ja mehr oder weniger schon gemacht. Aber wir müssen jetzt gleich nochmal schauen, dass wir einige Rennen rausnehmen. Alles geht ja eigentlich erst ab April los. So, Achtung, sie haben nur noch 14 Tage im Rennkalender für den folgenden Zeitraum. 1. April bis 31. Mai. Da ich jetzt trotzdem erstmal ein bisschen Renn-Action drin haben möchte. Verbesserungen in diesem Monat. Sonny Colbrelli hat sich relativ gut verbessert. Wir sind ja quasi nicht wirklich viel gefahren, deswegen sind wir da auch nicht dabei. Hier nochmal ein paar Ergebnisse. Alexander Christoph gewinnt ein Rennen. Valerio Agnoli vor Rinaldo Noccentini. Und Gisterna Jules, ein Sprinter, gewinnt den Stärfan Zwolle in Holland. Gut, wie gesagt, die Planung können wir dann quasi nach der UMAC-Trophy machen. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Renn-Action hier mit reinnehmen. Wir haben hier sehr, sehr viele Rennen drin. Am Anfang können wir das eigentlich echt so lassen. Dann haben wir da eine Rundfahrt. Achso, jetzt mache ich es trotzdem. Am Anfang ist es okay. Hinten raus überschneidet sich es spätestens hier. Müssen wir halt echt schauen. Tour de Bretagne würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Dann würde ich diese Joe Martin Stage Race Nature Valley blablabla. Ja, das können wir ruhig mal rauslassen. In Amerika. Ja, würde ich sagen, das muss nicht unbedingt sein. Geht ja vielleicht doch schneller als gedacht. Rutland and Melton. Das fällt aber auch hier genau in diesen Bereich rein. Ist aber okay. Tour of the Gila. Wie auch immer es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall etwas hügelig. Zeit fahren. Flach. Und nochmal etwas hügelig. Vielleicht was für Marvin Keil. Rund um den Finanzplatz ist dann natürlich eher wieder was für unsere Sprinter. Lüttich Bastogne ist auf jeden Fall für Marvin Keil gedacht eigentlich. Deswegen ist das hier vielleicht eher ungünstig mit der Rundfahrt. So ein Grand Prix Moskau. Und hier haben wir natürlich dann einige Rundfahrten hintereinander. Die Tour de Berlin ist am wichtigsten. Da haben wir ja die Berliner Rundfahrt direkt noch parallel. Okay, die können wir nicht alle drei machen. Dann nehmen wir die beiden nämlich noch raus. Dann kommt University of Lincoln Grand Prix. Ist jetzt auch nicht so geil. Mal schauen, wie das Profil ist. Da ist Kopfsteinpflaster dabei, oder? Gut, lassen wir mal drin. Was haben wir hier? Royal Smite. Das ist wahrscheinlich wieder Teller flach. Kopfsteinpflaster. Ich sehe gar kein Kopfsteinpflaster eingezeichnet. Wahrscheinlich kurz vor den Bergen jeweils. Das kann doch dann was für Jan Piller werden. Und für Pascal Mottes. Sirqui Walloni. Hier ist natürlich eigentlich auch Kopfsteinpflaster dabei. Aber immer nicht kurz vorm Ziel. Das ist ein bisschen doof. Das sind natürlich sieben. Ne, komm, das nehmen wir auch raus. Das ist zu lang. Dafür haben wir ja dann unseren Höhepunkt. Die Bayern-Rundfahrt. Die geht bis 17.05. Dann geht es hier am 17.05. schon wieder weiter. Das können wir gar nicht alles machen. Welter Castilla y Leon. Das ist natürlich schon ein Rennen, was man kennt. Dann nehmen wir das mit raus. Und Post-Race bis 25.05. Ronde Lizard würde ich natürlich eigentlich lieber fahren. Die können wir nicht. Dann haben wir bis zum 19.05. was. Parallel. Ja, dann machen wir die Ronde Lizard. Pearl Isomitour müssen wir natürlich machen. Müssen wir dann schauen, wie wir unser Team aufteilen. Dann haben wir hier im mittleren Bereich natürlich eigentlich gar nicht so viel. So, rund am Anfang Mai noch der 11.05. Dann haben wir hier den 9.05. Und 8.05. bis 12.05. Warum steht das da nicht drin? Naja, okay. Achso, U23. Wurscht. Auf jeden Fall, denke ich mal, kann man das dann so lassen. So, jetzt haben wir es doch gemacht. Ein bisschen überarbeitet. Und dann machen wir mal weiter. Wollen ja, wie gesagt, auch ein bisschen Renne-Action in der Folge haben. In diesem Bildschirm kann ich ruhig immer ein bisschen rumlabern. Was ist denn mit Christiano Wildinger los? So, müssen wir erst nochmal schauen. Nicht in Bestform. Hat wegen seiner anhaltenden Kopfschmerzen seinen Hausarzt konsultiert. Das besteht kein Grund zur Sorge. Er sollte sich nur 2-3 Tage nicht übermäßig verausgaben. Okay, ich glaube, der Formhöhepunkt von ihm. Jetzt kommt der auch nicht mehr mit dem Trainingsstil zurecht. Mit dem traditionellen Sommer ist doch zum Brechen. Wenn er auch bahnbrechend ist. Jawohl. Okay, Effektivität ist noch ausgezeichnet. Dann müssen wir vielleicht unseren Trainer mal entlassen. Aber erstmal müssen wir noch ein paar Erfolge feiern. Und das machen wir jetzt hoffentlich bei der UMAC Trophy. Chris Kuhner lassen wir mal weg. Der hat ja Sattelschmerzen. Es tut mir leid, ich finde das immer noch zu lützig. Pascal Mottes ist natürlich in Topform. Der kommt auf jeden Fall mit. Genauso wie Jan Piller auf jeden Fall am Start sein wird. Da ist er auch schon. Am Hügel ist er ja relativ ordentlich. Kopfsteinpflaster hat er jetzt schon eine 70. Pascal Mottes hat sich da noch nicht verbessert. Ist aber auch am Hügel sehr ordentlich. Wen haben wir denn noch? Leon Höhle muss auf jeden Fall mit für den Sprint. Jens Heppner hatten wir noch nicht dabei. Hans Volker kann dann wirklich mal daheim bleiben. Jörg Jakscher hatten wir auch noch nicht. Klöden nicht. Chris Kuhner, Hans Volker, Michael Wassmer. Der ist sowieso beschissen in Form. Der kann eh nix. Jens Vogt können wir mal daheim lassen. Udo Bölz war eigentlich ziemlich gut in Form. Marcel Wüst bräuchten wir ja eigentlich auch noch als Sprintanfahrer. Wir können natürlich auch mal Steffen Wesemann mitnehmen, der aber jetzt auch nicht in super Form ist. Dann muss einer noch weichen. Dann bleibt eben Christiano Wildinger daheim, weil er ist ja noch angeschlagen mit Kopfschmerzen. Da wird es noch bessere Rennen geben. So, sieht doch gut aus. Der Rest ist eigentlich alles Zuarbeiter. Pascal Mottes ist natürlich auch super in Form. Müssen wir mal schauen. Wird da vielleicht auch noch was machen können. Allerdings ist der Hügelwert natürlich nicht gut genug. Kopfsteinpflaster eine 69, aber wir machen ihn mal als Helfer für Marvin Keil, der ja wie gesagt am Hügel jetzt doch schon eine 70 hat. Beschleunigung eine 68, da können wir doch mal was versuchen. Ich weiß nicht, wie es bei den Favoriten aussieht. Da sind wir nicht dabei. Die Hügelwerte sind aber nicht unbedingt so super. Die Sprintwerte natürlich schon, aber da ist Leon auch nicht genannt, leider. Naja, wir versuchen es einfach mal. Haben da mehrere Eisen im Feuer. Dafür auch Fahrer in wirklich guter Form. Pascal Mottes können wir eigentlich mal in eine Ausreißergruppe reinschicken. Das wäre doch eine Idee. Das kennt er ja noch nicht. Ich glaube, fast jeder Folge bislang in Ausreißergruppen gewesen, aber das Bergtrikot geholt. Was uns aber leider keine Punkte gebracht hat für die Saisonwertung, was ich ein bisschen schade finde, aber natürlich ein bisschen Geld. Hier ist Marvin Keil jetzt auch als Erster aufgeführt. Dann Jan Piller, Marcel Wüst. Und dann schauen wir mal, was wir hier für eine Strategie fahren. Wahrscheinlich relativ unruhige Anfangsphase. Wie heißt der? Ach, Pomoschnikov. Ich habe Pornoschnikov gelesen. Das wäre ja ein sauberer Name gewesen. Ich weiß noch nicht, wie viel Rennen wir jetzt noch in diese Folge mit reinnehmen. Ich habe eigentlich als Ziel, noch die Rundfahrt da in Portugal mitzunehmen. Aber mal schauen. Momentan komme ich auch nicht so 100 pro mit dem Hochladen dann hinterher. Deswegen wird das nur alle zwei Tage erscheinen. Also nicht wundern. Jan Ulrich kommt noch jeden Tag. Da muss ich allerdings auch die Wuelta noch aufnehmen. So, jetzt habe ich mich nicht verquatschen. Ich weiß gar nicht, wie Uwe momentan unterwegs ist. Ich glaube, mitten in der Tour de France. So, Marvin Keil. Der wird jetzt... So, ich muss, glaube ich, doch erst nochmal auf Pause machen. Bevor die Jungs hier losfahren, weil wir ja doch ein bisschen komplizierter das Ganze haben. Marcel Wüst kümmert sich um Leon Högl. Das ist ein Wege gehabt. Jan Piller. Haben wir ja auch noch am Start. Das ist natürlich jetzt auch kein super Ausreißer. Dann kümmert der sich erst mal um Marvin Keil. Und Pascal Mottes, da er eben doch sehr, sehr gut in Form ist. Und es keine Kopfsteinpflasterrennen gibt. Das ist bei Jan Piller ja auch so. Aber der kriegt dann auch noch seine Chance. Heute ist erst nochmal Pascal Mottes mit der Ausreißergruppe dran. Und dann schauen wir, dass wir Jan Piller auf jeden Fall ein andermal in die Ausreißergruppe reinkriegen. Also im Ein-Tages-Rennen gewinnen ja sowieso im seltensten Fall wirklich mal die Ausreißer. Da sieht man ein kroatisches Team, würde ich mal sagen. Jawohl, ist auch ein kroatischer Fahrer. So, schön vorne bleiben, Junge. Nicht einklemmen lassen, ansonsten verpasst er die Attacken. Die da vorne natürlich auch schon losgehen. Aber ich glaube, wir können erst nochmal abwarten. Das Feld fährt hinterher. Na, oder auch nicht. Kiesalowski ist aber nicht der Kiesalowski. So, da hinten ist der Henninger-Turm. So, kommen wir jetzt aber mal hin. So ein merkwürdiger Rennverlauf gerade. Fangen wir mal ein Stück vor. Schauen, was draußen wird. Nämlich gar nichts. So, da kommt Jan Piller. Der sich jetzt vor Marvin Keil geklemmt hat, der ja schon einen Hügelwert von 70 hat. Also, wir probieren es einfach mal am letzten Hügel. So, Tempo kannst du jetzt mal rausnehmen, Entschuldigung. Brauchen wir natürlich nicht. So, da wieder dranhängen und versuchen mitzugehen. Wie gesagt, Jan Piller jetzt am ersten Mal auch dabei. In guter Form. Normalerweise würden wir jetzt die Frühjahrsklassiker fahren. Schön übers Kopfsteinpflaster rödeln. Aber leider sind wir dann nirgendwo eingeladen worden. Das ist ein bisschen schade. So, und bislang kommt hier keine Gruppe wirklich weg. Versuchen wir es doch mal gerade. Einfach mal was können mit Jan Piller, der relativ groß gewachsen ist, wie man auch sieht. Mal schauen, ob er wegkommt. Na, das Feld fährt wieder hinterher. Ich wollte gerade sagen, jetzt steht er ja fast, aber da kam auch die Kurve. Na, jetzt ist Tempo ein bisschen raus. Aber alleine jetzt hier langfahren, das wird auch nicht passieren. Pascal Mottes ist jetzt hier an die Spitze gefahren. Allerdings kontrolliert er mehr oder weniger das Tempo. Dann hat es jetzt vielleicht doch Jan Piller geschafft, auszureißen. Allerdings mit dem Wert wird er nicht durchkommen. Da müssen jetzt noch weitere Attacken folgen. Das Feld wird natürlich dadurch wahrscheinlich wieder schneller fahren. Und als Rattenschwanz... Oder besser gesagt, die Ausreißer werden als Rattenschwanz das Feld mit hinterherziehen. Jetzt hat Marvin Kein natürlich keinen mehr, der ihn beschützt. Dann muss jetzt leider Pascal Mottes dran glauben, weil er den Ausreißversuch ja nicht geschafft hat. Selber schuld. Letztes Mal taktisch besser gemacht. So, wir sind auf dem letzten Kilometer. Jan Piller gewinnt. Nein, Quatsch, das ist ja wieder mal ein Rundkurs, weil ich ja gar nicht leiden kann. 31 Sekunden. Er wird weiterhin versucht auszureißen. Ich habe jetzt ein bisschen das Tempo runtergedreht bei Jan Piller, der schön am Straßenrand fährt. Weil er ein bisschen windgeschützter ist. Aber jetzt da alleine zu fahren, naja. Das wird eher nichts. Und es gibt ja auch keine Bergwertung oder sonst irgendwas, was wir uns holen könnten. Ujojojojojojojojojojojo. Der hat aber Schmackes drauf gehabt. Das kann nicht so einfach hier in die Gruppen reinzukommen. Wir schauen gerade mal, was Leon Höhle macht. Er fährt hier ziemlich im Feld. Ich finde unser Trikot ist ja immer noch saugeil. Also muss ich echt sagen, es gefällt mir richtig gut. So, jetzt haben wir tatsächlich einen an unserer Seite. Und dann können wir jetzt zusammen ein bisschen rumrödeln. Ich finde auch gut, dass es jetzt Jan Piller geworden ist. Dann haben wir jetzt auch mal noch einen nächsten Abonnenten, der jetzt hier in einer guten Position ist. Ansonsten Marvin Keil haben wir ja heute auch quasi das erste Mal dabei. Der wird heute auch eine Hauptrolle spielen. Je nachdem, wie das vorne mit Jan Piller jetzt auch läuft. Wenn der natürlich immer noch vorne ist, so kurz vorm Ziel, dann weiß ich nicht, ob wir die Attacke fahren. Aber dann haben wir wenigstens ein bisschen Rhythmus für Marvin Keil. So, und jetzt können wir eigentlich ein bisschen schneller stellen. Der Fall zeigt leider nach unten. Ich denke mal, die Ausreißergruppe hat sich jetzt doch ein bisschen gefunden, hoffe ich mal. Jan Piller bleibt auch dran. Ja, das Feld fährt trotzdem noch schnell. Aber jetzt müssten sie doch mal locker lassen, oder? Jawohl. Jetzt ist es geritzt. Wir haben Pillern der Ausreißergruppe beim Eintagesrennen in Kroatien. Mal schauen, was wir im Endeffekt rausholen können. Da ist jetzt einer rausgefallen. Der ist platt, oder was? Gibt's doch nicht. Das ist so ein Weichei. Achso, ich habe auch 65 ausgewählt. Das ist vielleicht doch dann etwas schnell. 2 Minuten 19 der Vorsprung. Der gelbe Balken wird natürlich auch nicht mehr werden. Das Feld macht aber langsam. Da kommt Marvin Keil. Mal schauen. Da hat keiner einen Pfeil nach oben. Das ist ja ein Traum. Natürlich, der Rennrhythmus auch noch nicht besonders gut. Dann schauen wir weiter... Oh, nee, wir schauen nicht weiter nach vorne, sondern wen haben wir denn, der hier mehr oder weniger nutzlos rumfährt. Andi Klöden ist so einer... Da muss man Wasser holen. Genauso Jan Piller kann sich vorne auch mal eine Flasche Wasser holen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn der Junge da hinten dran auch wieder hinkäme. Ups. Aber der wird eh keine Tempoarbeit machen können. Die Fandenbrande ist noch dabei, aber auch kein besonders guter Fahrer. Also da muss Jan Piller dann schon schauen, dass wir da aus der Gruppe noch rausfahren. Hinten raus, dass wir das Tempo hochhalten. Ups, das wollte ich gar nicht. Jetzt springen wir hier da und zwischen den Gruppen zurück. Entschuldigung, wenn das Kopfschmerzen verursacht. Aber vorne können wir jetzt mal ganz kurz vernachlässigen. Erstmal schauen, was Andi Klöden am Ende des Feldes macht. Da soll ich jetzt mal Wasser vorbringen. Mal rein, Andi. Auch ein guter Bergfahrer, Andreas Klöden. Aber vom Potenzial her nicht ganz so hoch eingetragen wie unsere anderen Fahrer. Jens Heppner hätte ich vielleicht auch schicken können. Jetzt kommt Klödi auch vor. Da sehen wir Tagesfall minus zwei bei Jan Piller. Nicht gut. Fünf Minuten Vorsprung bei 87 Kilometern. Das kann Motto ist aber auch nur minus zwei. Also wäre auch nicht viel besser gewesen, wenn er in die Ausreißergruppe gekommen wäre. So, Marvin Keil. Ist hier immer schön eingekeilt. Wir haben mit denen auch mal gemacht, den Gag. Ich verspreche, ich werde ihn nie wieder machen. Außer hier die zweite Etappe. Jetzt müssen wir natürlich... Wir haben natürlich wieder viele Optionen. Wir haben Marvin Keil für den letzten Hügel. Wie gesagt, wir haben Leon Höhle für den Sprint dann hinten raus. Wobei die Tagesfall minus zwei nicht optimal ist. Marcel Hüst ist eigentlich fast besser drauf heute. Trotzdem werden wir wieder für Leon Höhle fahren. Wie gesagt, dass unsere quasi generierten ehemaligen Fahrer wirklich nur Helfer sein werden. So, dann wird auch Jens Heppner jetzt mal zum Wasserträger degradiert. Was kann Lottes? Fährt immer noch vor Marvin Keil. Jan Piller kann sich auch nochmal eine Pulle holen. Äh, heute hat Marvin Keil gesagt, Jan Piller kann sich auch nochmal eine Pulle holen. So, das ist dann quasi die Zieldurchfahrt. Dann geht es nochmal rechts rum, den letzten Kilometer. Mal schauen, was wir da rausholen können. Vorsprung natürlich nur noch 2,25. Nicht gerade super. Und plus 3 für Marvin Keil. Das ist natürlich super. Vorne ist jetzt schon etwas geringer. 33,3 Kilometer kommen. Na, die Explosivität. Wir probieren es einfach mal wegzufahren. Fahren wir mit der 70 durch. Mal schauen, ob die nochmal rankommen. Na, die fahren hier schon ordentlich rein. Sind nochmal rangekommen, aber Jan Piller, komm schon, zieh. Okay, jetzt sind sie wieder ran. Dann fahren wir wieder weg. Das ist ja ganz einfach. 28 Kilometer. So, aufkommen. Zieh, Parkirchi, versucht es wieder. Okay, dann fahren wir halt noch ein bisschen zusammen weiter. Aber ein bisschen schneller. Na, jetzt könnte er sich verausgabt haben. So, wir müssen aber auch hinten weiterschauen. Immer ein bisschen schwierig. McNally. Oh, hinten ist das Tempo jetzt sehr hoch. So, mal schauen, dass wir weiter vorne fahren mit Marvin Keil und Leon Höhle. Nicht, dass hier, uiuiui, der ist schon ganz schön weit zurück. Das sieht nicht so gut aus. Ein bisschen ein Stück vor. Aber dass der gelbe Balken auch schon arg mal drätiert. So, jetzt gibt es den Hügel nämlich nur noch ein einziges Mal. Das wird schwierig im Sprint werden, aber Marvin Keil haben wir ja auch noch. Mal schauen, da hat natürlich, ja, ein Plus-Eins-Tag hat er jetzt im Endeffekt, in Anführungszeichen, nur. Dann Pillar vorne macht Tempo. Aber die holen die. Eine Minute zehn noch, 19,7 Kilometer. Jetzt geht's dann gleich in den letzten Anstieg rein. Also diesen kleinen Anstieg. Okay, wird jetzt vorne attackiert. Aber noch zu früh, glaube ich. Das muss jetzt hier mal noch höher gehen, damit die vorne bleiben können. So, wir fahren jetzt schon mal ein Stück vor. Jetzt ist Pillar auch eingeholt. Können wir hier auch Tempo rausnehmen, weil das wird eh nichts mehr. So, wir können schon dranbleiben. Da vorne geht's dann gleich in diesen leichten Anstieg. Was natürlich sofort wieder zum Ruckler führt. Kurz mal Pause machen. Boah, das Tempo ist aber verdammt hoch. Nicht zurückfallen, Junge. Komm, weiter. Lass dich da nicht irgendwie wegdrängen. Mit Leonhöhle, boah, nee, das wird nichts mit Leon. Dafür ist das Tempo jetzt auch am Hügel zu hoch. So, komm, jetzt starten wir nochmal eine Attacke. Ist ja nicht mehr lang. Ist natürlich nur ein kleiner Hügel. Aber da haben wir eine kleine Lücke gerissen. Vor allem dieses Tempo gerade hinten raus. Auf, hau rein. Sind aber noch sieben Kilometer. Ah, da war gerade... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Na ja, gut. Äh. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich will aber nicht hinterherfahren. Aber Marvin Keil gewinnt das. Aber soll ich jetzt hier hinterherfahren? Nein, das macht man nicht. Wir fahren nicht hinterher. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir uns hier vorne mit dranhängen. Oh gut, Leon Höhle ist eh durch, mehr oder weniger. Das wird eh nix, Marcel Wüst ist mir persönlich egal. Wir schauen jetzt mit Marvin Keil, sind noch 5,9 Kilometer. Zieh durch, Junge, komm schon, da vorne geht es nochmal bergab. Boah, der rote Balken ist aber eigentlich schon ziemlich weg. Muss runter gehen. Oh nein, der bricht ein, aber der Vorsprung sollte eigentlich groß genug sein, auch zum Einbrechen. Oh nein, jetzt kommt wieder diese Mega-Zeit-Lupe, ich hasse das, wenn der Fahrer einbricht und es eine Mega-Zeit-Lupe ist. Komm schon, Junge, zieh! 1,5 Kilometer, 1,4, 1,3. Jetzt ist er durch, aber die kommen jetzt gerade erst rum, natürlich kommen jetzt die Sprinter. Er hat 600 Meter Vorsprung, das darfst du dir nicht mehr nehmen lassen, Junge. Zieh das durch, verdammt nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das muss reichen. Und wir gewinnen. Mit der Attacke am Berg, Marvin Keil holt uns den Sieg. Aber es wird ganz eng, oder es wurde ganz eng hinten raus. Leon Höhle und so weiter haben wir jetzt mal vernachlässigt mit der Platzierung. Aber er war eh platt und damit Sieg für Gerold Steiner, Sieg für Marvin Keil. Super. Da haben wir genau die Situation ausgenutzt und da freut sich auch im Team. Das finde ich auch cool. Passt ja zu unserem YouTube-Abo-Team, wo jedem der Sieg gegönnt wird, hoffe ich doch. Da haben wir quasi den nächsten Sieger. Nach Chris Kuhner haben wir jetzt Marvin Keil. Leon Höhle haben wir ja schon häufig auf dem Podest gehabt. Jan Piller war in der Ausreißergruppe, haben wir alles versucht, war eigentlich auch ganz cool. Andere Ambitionen gab es halt jetzt, wie gesagt, nicht wegen der Kopfsteinpflaster oder wegen der fehlenden Kopfsteinpflaster-Etappen. Ich hoffe, dass da niemand sauer ist, aber ich kann es ja leider nicht ändern. Ich habe versucht, in jedes Rennen reinzukommen, aber leider hat es nicht geklappt. Aber saugeiler Rennverlauf, muss man ja echt sagen. Spannender geht es nicht. Einen in der Ausreißergruppe gehabt. Leon Höhle ist dann kurzfristig hinterhergefahren, hat sich ein bisschen kaputt gefahren. Aber gut, dass wir auf Marvin Keil noch gesetzt haben. Auch wenn ich da das Tempo vielleicht etwas hoch gewählt habe, aber Attacke im richtigen Moment am Hügel. Super. Schauen wir uns die Siegerehrung an. Der zweite Sieg für das Team Gerolsteiner vor Barbier und Avrin. Da sehen wir auch diese muskulösen Arme von Marvin Keil am Traum. Ganz euphorisch. Teamwärter gewinnen wir ebenfalls. Sensationell. Trophäe Umag. Keil gewinnt den Sprint. Da sehen wir es super. Gibt bestimmt auch noch ordentlich Geld für unser Team. Christiano Wildinger kriegen wir auch noch hin und das läuft doch super. Bin sehr zufrieden bislang. Ich glaube, war gut, dass wir da eben auch zwei beziehungsweise ja dreigleisig gefahren sind mit Ausreißergruppe, Sprinter und eben noch mit einem Hügelfahrer. Und Marvin Keil hat das super gemacht. Er hat ein bisschen Glück gehabt auch, dass genau in dem Moment das Tempo raus war und keiner hinterher gefahren ist. Da sehen wir jetzt Marvin Keil mit 40 Punkten direkt mal auf Platz 19 vorgesprungen. Leon Höhle auf Platz 41. Chris Kuhner 48. Ich glaube ansonsten hat leider noch keiner Punkte. Im Team sind wir damit jetzt auf Platz 12 mit 81 Punkten. Und das ist ja quasi auch unseres 168 Punkte. Aber das läuft doch richtig gut. Damit haben wir das nächste Ziel erfüllt für unseren Sponsoren. Die können sehr glücklich sein. So, das waren die falschen Ziele. So, da haben wir es. Müssen wir erst noch wahrscheinlich einen Tag weiterspielen, damit das hier reingerechnet wird. Christiano Wildinger ist auch wieder gesund und wir kriegen Preisgeld 1250 Euro für den Sieg. Das ist super, weil wir sind wie gesagt relativ eng getaktet hier. Antrittsbonus, Personalkosten, aber die sind hier ja schon mit eingerechnet. Also, da sehen wir, was wir positiv bekommen haben. Sponsoren, Engagement, jeden Monat 37.500. Die Rennprämien läppern sich jetzt auch. Und das nächste Rennen ist auch schon direkt Grand Prix de la Vie de nos Jean-sur-Oise. Aha, natürlich. Ich dachte, da wäre... Wo ist denn das? Trophäe Umag, ich sehe dieses Rennen hier gar nicht. Muss ich ja gestehen. Bin ich blöd? Kann ich hier irgendwo noch umschalten und dann sind da noch andere Rennen? Nee, oder? Okay, nee, okay. Das wird simuliert. Gut, damit kann ich leben. Weil das da unten gerade für uns als nächstes Rennen stand. So, da ich jetzt komplett euphorisch bin, die Ergebnisse... Ja, super, spannend. Irgendein Schweizer gewinnt wahrscheinlich hier. Ganz genau, Thierry Schirr vom BMC-Team. Und wie gesagt, das läuft doch super. Schauen wir uns mal das Profil an. Hier ist eigentlich wieder was für Marvin Keil. Da ist wieder leicht hügelig. Berge der dritten Kategorie. Da schicken wir vielleicht wieder eine in die Ausreißergruppe mit. Können wir mal schauen. Das ist doch jetzt auch wieder was für Jan Piller. Der ja in super Form ist. Dann simulieren wir uns mal direkt dorthin. Dann fahren diese kleine Rundfahrt noch. Sind zwei Etappen, die relativ schnell gehen werden. Würde ich mal sagen. Tour de Langcavi kommt natürlich noch. Christiane Wildinger lassen wir noch mal raus, weil er halt immer noch eine... Ach, jetzt hat er eine leichte Erkältung noch. So viel zum Thema Kopfschmerzen. Michael Wassmann, Chris Kuhner sind erst mal raus. Genauso wie Jens Vogt. Die Form ist einfach zu schlecht. Pascal Mott, das muss auf jeden Fall mit. Wir müssen ja die Form auch ausnutzen. Marvin Keil ist jetzt leider die Fitness ein bisschen runtergegangen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo wir da den Höhepunkt haben. Schauen wir gerade nochmal. Marvin Keil. Okay, er kommt jetzt also erst im April dann so richtig in Topform. Das ist jetzt hier gerade in diesem kleinen Loch drin, wo es gelb ist. Aber danach geht es dann in die richtige Superform. Dann haben wir nämlich im Mai und Juni, gerade bei der Bayern-Rundfahrt und so weiter, ist er dann richtig gut dabei. Dann würde ich sagen, mit dem Sieg schon wehen mal. Ich glaube, dass er damit einverstanden ist, wenn er einmal in einer Folge schon gewinnt. Müssen wir mal schauen. Steffen Wesemann ist auch noch nicht so richtig gut drauf. Leon Höhle nehmen wir mal mit. Marcel Wüst halt eigentlich auch wieder. Dann haben wir allerdings niemand für die Hügel-Etappe. Naja, Jan Piller ist ja eigentlich auch ganz ordentlich. Wie gesagt, Christiano Wildinger jetzt bislang leider gar nicht dabei, aber auch ein bisschen vom Pech verfolgt. Aber auch da ist die Leistungskurve doch eher eine andere. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ganz unten. Gut, er sollte jetzt relativ passabel in Form sein, was jetzt halt nicht ist durch Verletzung. Aber da kommt erst im Mai, Juni kommt da die Superform. Das ist ja auch Tour auf Queen High Lake, so dann in diesem Bereich, obwohl er da eigentlich schon relativ schlecht wieder in Form ist. Naja, aber das hier ist auf jeden Fall der Bereich der Bayern-Rundfahrt. Und da gibt es ja auch Bergankünfte. Dann gibt es auch noch die Tour de Berlin. Also da wird sich schon was finden. So, dann gehen wir nämlich jetzt weiter. Sieben Fahrer sind eingeschrieben, alle gut in Form. Udo Bölz hatten wir jetzt noch gar nicht dabei. Ja, Kjackschöne, dann lassen wir Andi Klöden mal raus. Oder hatten wir Udo Bölz schon dabei, bin mir gerade unsicher. Ach komm, lassen wir Andi Klöden dabei, den habe ich eh immer gemocht. Jens Heppner, ja, eher so einer, der immer unter dem Radar lief. Und dann haben wir doch unser Team, Pascal Mottes, denke ich mal wieder für das Bergtrikot, fürs Ausreißen. Obwohl er da gar nicht den super Ausreißerwert hat, aber es bietet sich halt irgendwie an. Jan Piller ebenfalls, Kopfsteinpflaster, wie gesagt, schon eine 70. Können wir auch mal schauen, ob wir, also die beiden sind wieder für die Ausreißergruppe prädestiniert. Marcel Wiesli und Höhle fürs Sprinten. Und Hans Volker ist vielleicht einer, mit dem wir, naja, bei der Hügeletappe mal was versuchen können. Ich glaube aber fast nicht, weil so viel gibt es hier nicht zum Rausholen. Also erste Etappe komplett auf Sprint. Da wird, denke ich mal, auch, da machen wir einfach, genau, machen wir es einfach mal so. Erste Etappe fahren wir komplett für Leon Höhle und Marcel Wüst. Da machen wir nämlich jetzt auch mal Jörg Jaksche, Klöden, Hans Volker, machen wir einfach mal vorne dran. Als Teamhelfer, dass wir ein bisschen Tempo machen, dass das Feld auch zusammenbleibt. Zumindest im letzten Bereich. Und dann fahren wir, oh, Marcel Wüst ist hier bei den Favoriten genannt. Vielleicht sollte Leon Höhle mal für Marcel Wüst fahren. Schauen wir mal. Wir machen es jetzt auch ein bisschen von der Tagesform abhängig. Wir machen natürlich erstmal, Leon Höhle wird beschützt von Marcel Wüst. Weil sonst wäre es ja auch blöd. Feld ist relativ klein. Und da hinten ist komisch blau. Achso, das war das Schimano-Ding. Das sah ein bisschen komisch aus. Dann machen wir hier die Taktik. Klöden. Wir müssen alle herhalten dafür. Heute alles verlieren, Höhle. Obwohl, der ist überhaupt nicht gut drauf. Um Gottes Willen, der ist ja richtig müde. Nee, tut mir leid, Junge. Dann machen wir es doch andersrum. Da muss Marcel Wüst helfen. Ich habe gar nicht geschaut, ob das da vorher schon ist. Aber der ist auch ziemlich müde. Warum sind denn alle so müde? Ja, das kann ja was werden. Nämlich gar nichts mit den beiden. Ich habe gar nicht drauf geschaut, wie das mit der Ermüdung ist. Verdammt. Ich glaube, Taktik zurück. Ich weiß es nicht. Sollen wir mit den Jungs sprinten? Wir versuchen es einfach mal. Schaden kann es nichts. Bergwertungen gibt es heute eh keine. Die beiden Sprintwertungen sind uns egal. Wir versuchen es mit Marcel Wüst. in die Leon Höhle. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wobei die Pulswerte jetzt von Leon Höhle eigentlich ziemlich deutlich besser sind. Dann machen wir es wieder andersrum. So, jetzt haben wir die Taktik auch sensationell ausgeprügelt. Auch wenn es kompletter Schwachsinn war. Aber was soll's. Tempo ist immer noch nicht besonders niedrig, weil immer noch kein Ausreißer gefunden wurde. Ja, wir machen Tempo mit 60. Also bitte, das ist jetzt kein horrendes Tempo. 5 Kilometer. Da versuchen wir wieder welche auszureißen. Da kommt aber endlich keiner raus. Nur weil wir mit 60 Tempo machen. Ist ja auch irgendwie Quatsch. So, zum achten Mal jetzt. Taktikwechsel. Wir gehen doch in die Ausreißerkrippe mit rein. Dann muss ich jetzt ja hinten erstmal was formieren. Und da ist da was. Versuchen wir mal was ganz Verrücktes. Will er nicht. Aha. Das war ja ein super Angriff. Wir könnten jetzt nicht folgen. Das jetzt. Da haben wir die Gerolsteiner Doppelspitze hier. Und das Feld reagiert sofort. Geil, wir ziehen das jetzt mal durch. Mit Spaß an der Freude. Das Feld kommt. Kann man jetzt auch nicht, würde ich, würde ich jetzt auch nicht sagen, unaufhaltsam näher. Da sind Mottes und Pillar vorne dabei, aber das hat jetzt auch eher suboptimal funktioniert. Dann lassen wir mal beide markiert, dann können wir immer auch reagieren. Wenn jetzt gleich wieder einer attackiert. Das ist schon mal ein bisschen Kraft für einen. 93 Kilometer, immer noch keiner ausgerissen. Das spart immer ein bisschen Kraft für einen. Eben hatten wir es andersrum. Jetzt folgt mal Mottes zum Pillar. Mal schauen, ob das Feld wieder reagiert. Tja, jawoll. Puh, schon witzig. So, Marcel Hüßt und wir im Höhle sind hier so mittendrin, aber auch nicht so richtig gut dabei. So, jetzt sind wir gleich wieder eingeholt. Komischer Rennverlauf. Ganz ehrlich. Irgendwie wird niemand weggelassen. Naja gut, dann fahren wir hier erst mal so in Formation rum. Wenn keiner will, dann lassen wir es halt. Es gibt eigentlich ganz selten mal Rennverläufe, wo überhaupt keine Ausreißergruppe weggeht. So, dann brauchen wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen Wasser. Das macht da Hans Volker. Der Höhle fällt hier mitten im Feld, aber da kann er jetzt auch mal ein Stück vorfahren. Das macht wahrscheinlich heute eh nichts mit dem Etappensieg. Aber mal schon. Gleich wird es ja ein toller Tag. Der Pfeil zeigt allerdings nach unten. So, ein letzter Versuch. Und wir wollen uns gar nicht rauslassen. So, jetzt nochmal. Und zack, haut er wieder rein. Der Sack. Ich hatte doch gar keiner mit. Haben alle aufgegeben, die Schweine. Ja, wenn die so hinterherfahren, dann hat man schon verloren. Aber wenn sie einmal hinterherfahren, dann lassen sie auch nicht mehr locker. Das wird leider nichts. Aber wenn du gerade vorne bist, kannst du dir ein Wasser holen. Hat immerhin etwas Gutes. Jo, das wird einen Sprint geben. Würde ich mal so vermuten. Mit Leon Höhle, wo der Pfeil jetzt nach oben geht. Eine Plus Eins immerhin. Das ist leider auch noch eine Minus 2 obendrauf. Das Feld ist relativ klein. Also ich weiß nicht, ob hier jetzt so Spitzenfahrer dabei sind. Wir können ja mal schauen. Kump ist da dabei. Gut, Sprintwert 73, natürlich schon. 74. So, ja, klar, das ist gute Beschleunigung. Ja, da sind doch schon ein paar gute Sprinter dabei, die uns wahrscheinlich doch eher wegfahren werden. An die Glöden hat eine Plus 5. Ja, aber hier gibt es halt keine Berge. Natürlich auch ein ganz guter Hügelfahrer an die Glöden. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwie noch mal was machen müssen. So, ist schon sehr merkwürdig, dass hier überhaupt keine Ausreißerkruppe geht. Ich hätte vielleicht gerade mal mitsprinten sollen mit Leon Höhle, aber ich will die Kräfte, die er ohnehin nur hat, sich jetzt schon verballern. Wir probieren es da einfach mal. Es fährt keiner hinterher. So, anderthalb Minuten und es fährt immer noch keine. Ja, okay. Zwei Minuten und es fährt immer noch keiner. Sprintwert und holen wir uns auch noch. Und will keiner. Zwei Minuten, 26 Kilometer, könnte eng werden für euch. Nur so als Tipp. Aber, muss ja nicht. Ja, Ole Quast macht jetzt Tempo. Und jetzt wird es schneller. Aber auch nicht viel schneller. Irgendwieder zwei Minuten vorne. Das war eigentlich nur ein Gag, der Ausreißversuch, weil er nur Plus 5 hatte. 20 Kilometer. Also, ne, 73 muss es ja nicht sein, oh Gott. Das schafft er, glaube ich, auch nicht mit der 70. Mal schauen, wie weiter kommt. Vorsprung ist ja durchaus noch vorhanden. Wir gucken mal ein bisschen runter. Müssen wir auch, ansonsten kommt er nämlich nicht an. So, rügeln wir mal leicht hoch. Jan Höhle ist hier ganz gut platziert. Sprüten kommen auf jeden Fall noch mit. Jetzt ganz geckig mit Andy Klöden hier vorne, mit Andy Klöden. 1,33 noch. Pascal Mottes, Jan Pille, haben es ja wie gesagt heute leider nicht geschafft. Es gab aber auch keine Ausreißergruppe. Im Sprint brauchen wir die beiden, glaube ich, nicht mit reinzuwerfen. Aber ein bisschen schwierig, da mehrere Fahrer da zu steuern. So, Klödi. Da vorne ist die 10 Kilometer Marke. Geht mal wieder auf 70 hoch. Ist immer noch 1 Minute 12 Vorsprung. Und Energie ist noch vorhanden. Tempo ist nicht mörderisch hoch hier hinten. Das wird, glaube ich, knapp nicht reißen. Da wird jetzt doch sehr, sehr schnell gefahren. Das reicht nicht für Klöden. Leider. Versuchen wir mit Leon Höhle jetzt natürlich noch ein gutes Hinterrad zu finden. Wer war denn hier der Favorit? Müssen wir gerade nochmal schauen. Kumpf war eigentlich der Favorit. Ja, okay. Brandiao hat eine 74. Das ist dieser gute Mann hier. Marcel Wüst hat tages vor minus 3. Wasser haben wir keins mehr. Ich habe mich irgendwie vermasselt. Dann kommt schon ein paar vor. Boah. So, Klödi ist durch. Natürlich rechtzeitig zum Finale. Ruckelt es wieder. Jetzt schon in den Wind gehen, ist zu früh. Aber gleich können wir. Müssen wir auch. Wir sind viel zu weit hinten, um da noch nach vorne zu kommen. Blöden Kilometer vorm Ziel eingeholt. Leon Höhle ist da hinten eingeklemmt. Das wird nichts für uns werden. Er ist aber auch nicht gut genug drauf. Er sprintet auch gar nicht wirklich. Er ist komplett eingeklemmt jetzt, Leon Höhle. Da geht gar nichts. Und wir hätten, na, Kump gewinnt. Also, der Top-Favorit gewinnt auch. Aber da ging nichts für Leon Höhle. Der hier hinten umredelt. Muss man ja echt sagen. Er kommt da nicht wirklich aus dem Puschen. Der grüne Balken natürlich von vornherein schon ordentlich verbraucht gewesen. So, das war jetzt nicht so sensationell. Und das hat leider nicht gereicht heute. Das wird auch morgen nicht reichen. Aber jetzt gibt es ja wieder schön Bergwertungen. Da können wir wieder in die Ausreißergruppe gehen. Ich würde aber sagen, da die Folge sonst doch deutlich zu lang wird, machen wir das dann wirklich erst in der nächsten Folge vom YouTube-Abonnententeam. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr cool. Wir haben die U-Markt-Trophy gewonnen mit Marvin Keil. Da mit dem nächsten Sieger auch aus dem Team, aus dem Abonnententeam quasi gehabt. Von den richtigen Abonnenten. Ich freue mich sehr darüber. Und ich denke mal, dass es doch eine sehr erfolgreiche Saison werden kann. Wir haben jetzt, wie gesagt, schon zwei Siege gefeiert. Und vielleicht können wir ja jetzt bei der zweiten Etappe von Grande Premio International du Guardianer nochmal einen kleinen Erfolg feiern. Zumindest das Bergtrikot ist, denke ich mal, definitiv schon wieder drin. Müssen schauen, wie wir die Fahrer in die Ausreißergruppe reinbringen. Ich denke mal, es wird alles wieder auf Pascal Mottes oder eben Jan Piller hinauslaufen. Sprint dann wieder Leon Höhle. Schauen wir mal. Hans Volker können wir dann sicherlich auch mal bei eher bergigem Terrain demnächst verwenden. Aber ich denke, bislang macht es doch richtig Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich übermorgen, wenn die nächste Folge erscheint. Bis dann.